Ich hab ne Wizarder mit 3Hit gemacht Mit was? Mit dem Cleaver Ja hast du doch schonmal gemacht Äh mit dem... ab hier meine ich 3Hit Ja auch 3Hit Oh Okay Muss ich jetzt nochmal testen Muss ich gleich nochmal testen Ich kann testen und töten gleichzeitig Und sich doch Ja klar Besonders für unser Vorhaben Sooo Jetzt holen wir mal hier die Sticks raus Oh das ist aber wenig hier Achso da oben Da sind aber wenig Sticks Oh ja Ist aber mickerig hier So ich will hoffen dass ich jetzt nicht sterbe Was Centos freuen wird Was wenn du stirbst? Äh wo ist mein... Ich komm nicht Wo ist meins... Orb Ist er hinten noch drinnen? Oh Tschüss Black Er ist wieder da Der bekommt Achso du bist wieder... Und du warst weg Dann will ich loswerden Nein ich will dir ja nicht loswerden aber... Hä wo warst du... hä 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 Hast du tschüss? Hast du tschüss? Oh ja... Ich erinnere mich gleich dran... nicht... Nicht verraten Hübsch Nein das ist verwirrend Ich würde sagen... Ach hier fehlt noch was... Zack Mach du mal hier so'n Kostick da... Du hast so'n Kostick da... So... Und was wir jetzt brauchen ist Unmengen an... sehr kurz ach mit sharpness ja ja das geteilt durch 3 12 26 noch das heißt sie können noch drei drauf ok hier rein ein stick und die hälfte bitte und ein halbes deck und die hälfte dann können schon mal drei gleichzeitig laufen und hier machen wir nur den vorderen bin ich dumm ja ich weiß ich bin dumm ich weiß dass ich dann kann man schon zwei felder machen oder 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 nein wir fehlen upgrades kacke shit 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 wir brauchen noch upgrades ich gar nicht dran gedacht wir brauchen upgrades und zwar 1 2 3 4 5 6 7 8 8 upgrades das stelle vor wir haben im wahl minecraft in ender curry werden irgendwie den tower so schnell fertig bekommen hätte ja das stimmt kartoffeltower kartoffeltower das stimmt wir hatten einfach immer essensprobleme einfach weil irgendjemand farmt hat die kartoffeln die wir im kleinen bild was wir hatten aber nicht nachgepflanzt hat black keine frage ne ja wo ist mein orb der orb achso der ist in der kiste da boah alter ich hab den grad gesucht und dann kam mir auf die idee so ein riesen tower zu bauen automatisch wirklich so riesig ist doch geil was dann automatisch machen lassen mit hier ähm hoppa einsortiert system ne aber schau sie meinte so nö nö er macht jetzt nix ich schließ jetzt ins server ja top ne würd ich sagen und wir haben die tower schon bis oben fertig gehabt hast du ja gesagt die vier säulen hatten wir schon fertig boah wie heftig würdet ihr mich ja an eurer stelle ne angotzen ja wir haben nethercraft gefarmt wie die bekloppten die haben wir als säulen genommen boah ja viel spaß hätte ich dann euch gewünscht ne doch noch eine weile nein kommen wir nicht wo habe ich schon wieder kam jetzt noch nie oh oh apropos wir müssen mal umgucken was die energie sagt so weit wir auf verschwunden ne hallo 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 ich bin zu alleine hier mein Name ist Detlef und wie es einer hallo 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 was ist los mit dir hallo 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 Wir haben 5 nether diamond ohr hier unten Hä, warum geht denn jetzt hier der... das scheiß Ding hier nicht mehr? Pulverize-en wir jetzt erstmal Hä, was ist denn jetzt hier los? Was fehlt nicht mehr? Empty? Hä, warum funktioniert das mit den Dingern nicht mehr? Hat der Energie... Energie hat der doch Wir machen grad mal easy 20 Gears wieder, ne? Hä, warum füllt der denn nicht mehr hier? Hallo? Keine Ahnung Ach nee Ignorate Zieh mal ein Hebel... Hat den gerne ein Hebel aktiviert hier, ne? Ach, easy 25 Gears normal, ne? Schön, aber mich interessiert gerade warum der hier nix macht Ist er behindert? Hör mal, greif mal weg Na, was kann ich dafür? Holst du zumindest in Kontakt? Also da mit Ohr ist halt extrem geil Nether Ours sind allgemein voll geil, die bringen übelst viel Geld Ja, was für übertrieben ist, ne? Mh 5 Gears... Hä, hast du irgendwas mit den Flaschen gemacht? Mit den Flaschen? Ich kann diese Flaschen mit den Quick Climb nicht mehr auffüllen Nö, ich hab die Flaschen nicht bloß angepackt Die füllen sie nicht mehr, ne? Ahaha Holst du ins contented of a glass bottle, ja toll Wird dann unsere Spitzhacken tun ja aber nicht mehr ab mit den ähm Im Dingens Im Dingens Und was? Mit den OP-Apfeln und dem Tierblock Nicht Nö, oder? Ich mein 39 und wir bauen Steine schon so ab, als wenn das netherrack wär Nö, wir können einmal Autosmelde, ach einmal Repair drauf machen So, hinten bekommt er die Flüssigkeit von Blau rein, ne, macht er doch Was ist das für'n Sch... Boah, stay Was ist das für'n Spast? Ich mach aber erstmal das Schwert Verarsch mich doch grad hier Toll Ah, jetzt... Alles klar Was für'n Dinger sehe ich nicht mehr auf? So Jetzt wird alles ein bisschen gleich gepumpt, wenn die Crowley was abbaut Hau dich gleich Hau dich gleich Was? Was soll der kacke, immer mal paar Flaschen neu hier Bei Die Nether sagt Ja, der Kirby ist immer noch ferdi Ich bin dabei Bye Ich heul gleich Man Wie lange ist die jetzt dabei? Zwei Wochen oder so? Ja wieso wieso das war relativ früh oder die werten schon relativ so ja klar aber auch lange lange locker reingetan muss ja mal gleich quarts abholen wärts quärts nein nicht silber ich brauche quarts auf quarts jetzt brauche ich noch ich habe ein anderer war ich habe eigentlich gar nichts mit ja ich brauche jetzt hier nether quarts euch für die abgurts und zwar 18 18 stück gar nicht sondern 36 ich guck gerade ob ich welche noch überhaupt hatte ich auch welche aber ich weiß nicht wo in welcher küste da habe ich noch gar nicht fahren die bräuchte nicht was machen die abgurts sind doch für den damit das feld größer wird beste erfindung was man stecken könnte nicht zu stecken ja so ist das halt 3 3 zu stück